Hallo, Andi von Seriennews.tv hier. Wie er bekannt ist, ersetzt Ashton Kutcher in der neuen Staffel von Tour and the Halfman Charlie Sheen. Und der Charakter Charlie Harper wird den Serien-Tod sterben und Kutcher wird einen Charakter namens Walden Schmidt spielen, der einen entfernten Verwandten von Charlie Harper darstellen wird. Jetzt gibt es aber auch schon ein erstes Promofoto zur neuen Staffel, was Ashton Kutcher mit den beiden anderen Darstellern zeigt. Und das könnt ihr jetzt hier sehen. Das Bild zeigt die aus der Serie bekannte Szene, die immer im Vorspann gezeigt wird. Und ja, was soll man sagen, man muss abwarten, wie das bei den Fans ankommen wird, diese Neubesetzung. Aber man sollte dem Ganzen vielleicht eine Chance geben. Bis diese neue Staffel allerdings hier bei uns ausgestrahlt wird, wird sicherlich noch einige Zeit vergehen. und dann noch einige Daten abwarten. Bitte ist das Cent